So, da sind wir wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich wir müssen zum Nullpunkt. Aber bevor wir hingehen, das Ganze mache ich erstmal in einer normalen Solo-Runde, könnt ihr aber natürlich in jedem Modus machen. Och man, hier wieder eine Randale hier in der Lobby. So, wer mich aber noch weiterhin supporten will, gerne wieder meinen Creator-Code benutzen, yt-familyact. Hat sich nichts geändert. So, ich würde sagen, wir gehen noch direkt ein. Ich denke, man, den meisten dürfte eigentlich klar sein, wo der Nullpunkt ist, nämlich genau in der Mitte. Seit gefühlt 100 Jahren ist der Nullpunkt da. Da spielt sich alles ab. Also in dem Sinne, einmal rein da. Ding, ding, ding. Ich bin so froh, wenn der Sand irgendwann mal weg ist. Ich kann diesen Sand einfach nicht mehr sehen. Ich habe noch nicht mal so aktiv Fortnite gespielt hier diese Season, aber der Sand, ei, 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 ei. So, einmal hier in die Kugel rein. Mal gucken, ob ich der Einzige bin. Liegt da einer mit? Ach, ne. Der Nächste, der die Aufgabe noch macht. Und dann quasi einmal in den Ritz. Und... Nochmal 20k. Man gehört sicher sonst nichts. So, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ich versinke hier in der Zeit. Und in dem Sinne, gerne ein Like da lassen. Und euch viel Spaß mit den weiteren Aufgaben. Und out herein. Dann geht es hier sehr noch was. Ich war natürlich... Ich bin die Sache.